Was ist denn? Was haben wir gesagt? Ich weiß, dass sie sie wundet. Was haben wir gesagt? Ich weiß, dass sie ihre Mischung 멈ht. Was haben wir gesagt? Wir haben nicht zu sagen über dich. Wir haben uns nicht über dich. Wirklich? Wirklich, Genni. Was ist passiert? Es ist vorbei. Aber A.J. braucht uns jetzt. Wir müssen uns zusammenhängen auf diese Sache, okay? Komm schon, schauen wir, ob der Truck wird gehen. Oh. So, wollen wir die Schlüssel? Da. Boah, soll das ein Witz sein, ey? Was ist denn das für eine Kriegscheiße? Ah, das klingt gut. Das klingt gut für mich. Wir werden es machen, Clem. Ich weiß es. Okay, schau es wieder. So, okay. Einmal klicken rein und dann... No. Ja. Gott, verdammt! Wir werden es arbeiten. Wir müssen gehen, wenn wir A.J. leben. Wir sind aus dem Zeitpunkt. Ich muss das Ding beginnen. Wir werden versuchen, die Batterie zu verbreiten. Wir gehen in. Ich liebe ihn nicht mit der Frau. Ich glaube, er will die Batterie aufwärmen oder ausbauen und dann, dass er sich auflegt. Ach so, jetzt müssen wir wieder alles selber machen jetzt hier. Also ein bisschen dürfen wir doch schon machen. Also sehr interessant. Nö. Dann beschleunigen wir das Ganze mal, sonst geht die ja ewig. Ich muss gerade an Luke denken. Ich muss gerade an Luke denken. Nö. Mann. Aber hätte es sich doch wehren können, ja? Hätte es sich doch wehren können, ja? Dass er mal eine Machete rausziehen können oder so. Oder ein Zombie da irgendwie ein Paar mit dem Fuß vor die Schnauze treten. Aber ne, dann lass ihn ihn einfach so absaufen. Und er so... Hey... Ich sage mal, irgendwo... Fehl? Das ist irgendwie so ein bisschen... Gut, hast du vielleicht jetzt in der Eile nicht dran gedacht, aber... Ich denke, dass die Leute mich respektieren. Wirklich? Ich denke, so. Gut für dich, honey. Ich bin überall, mit vielen Leuten. Viele Menschen. Viele Menschen. Und hör auf viele Projekte. Es ist nicht nur ein von ihnen. Ich denke, dass es ein anderes ist. Ich denke, dass es ein anderes Weg gibt. Du weißt? Ich werde einen Pass nehmen. So, jetzt gehen wir wieder zu Kenny, oder was machen wir? Hmm... Dann kann es ja mal kommen. Leiter... Wo willst... Wollte gar fragen, wo sie hinwollte. Wollte gar fragen, wo sie hinwollte. Busted. Äh... Busted, basted? Da, da muss... Es sieht aus, wie es um zu kümmern wird. Es ist doch irgendwas... Warum für nur ein Kabel hin, aber... Warte mal, wir können... Bagger uns angucken. Vielleicht gehen wir gleich mal rein. Da geht doch bestimmt eine Treppe nach oben, oder? 200er JT... Nein... Dann gehen wir mal rein. Gucken wir uns da mal um. Geh durch... Geh durch... House. Ja, genau. House. Das eine Teil auf Deutsch, das eine Teil auf Englisch. Geil. Übersetzung. Super. Echt super. Hallo, ich dachte, du wolltest ja was Kindes gemacht. Junge, äh, Baby. Hey. Oh. Buhh. Haha, sieht was auch immer noch aus. Lange kann er nicht mehr vormen, dann kriegt er kalte Finger. Ich weiß, dass Kenny ein guter Mann ist, Clem. Ich bet Carver ist ein guter Mann, was. Kenny hat viel durchgemacht, seitdem wir ihn kennen. Wir lernt haben... Äh... Alles klar Äh... Ich weiß nicht, dass er seine Namen hat. Er hat mich Mary Jane genannt. Er war ein dummer. Er hat sich in einem Auto gefangen. 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 turn and rip the neck right out of this old lady her face was just staring up at the sky like she was watching a bird oha kenny wtr kenny hat in torx und starten bekommen ist das geil kenny du bist echt da i was thinking more like texas texas the fuck just an idea we already talked about this i'm sorry we did we're going to find wellington right clem wellington kenny it's freezing up it's only gonna get worse we came this far we're not going back we don't have to leave right now let's just sleep on it well that sounds sensible dammit we don't have time says you look i don't give two shits about what you people think i got this truck working so i say where we go and we're heading fucking north it's the best chance we got of helping aj what about arbo who oh the ruski yeah he ain't coming with us he's just gonna leave him here i don't give a good goddamn where he goes he's done we have to bring him with us he knows the area he can help us oh yeah some help he's been he got luke killed i'm gonna say he helped the situation but maybe if you'd eased up on him before he wouldn't have run away in the first place you think about that kenny either way i'm not going anywhere in the middle of the night yeah me neither there could be a herd out there you want that child's blood on your hands mike we're all gonna die out here if you don't calm the fuck down kenny haven't we been through enough for one day jesus fucking christ remember the last time we had a working car and they're talking about that they're talking about where they want to go to Texas or Washington or 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 besitzt er von den schocken macht nix er will und schmoren wahrscheinlich wie wir immer klemmen Stöhne! Geh weg von hier! Das ist ich! Clem! Entschuldigung, nur... gib mir einen Moment. Close die Tür. Kannst du das glauben, Clem? Ich bringe ihnen einen arbeitenden Truck, und sie sind so, wie ich nur in ihren Serien bin. Ich wusste, Jane hätte eine Stücke auf ihr ass, aber ich dachte, zumindest Mike hätte mehr Sinn. Warum können wir nicht nachher kommen? Schau, wir haben vielleicht ein paar Tage für die Kinder, das ist es. Clem, denken Sie an Rebekah und Alvin. Ich meine, wie wenn Lee nicht aus der Mitte von Georgia nachdenken Sie? Viele Leute sterben, um das zu tun zu machen. Ich weiß, Sie sind richtig. Sie müssen diese Gruppe zusammenhalten. Die Kinder sind auf uns. Ich wünsche, Lee wäre hier. Wir vermissen Lee auch. Ich wünsche, er wäre hier. Ich denke, er würde mir sagen, was du, und was Menschen wie Jane, niemals verstehen. Ich denke, ich weiß, wie Wellington, es könnte blöde sein, aber wo es gibt, es gibt Feuer. Krista hat auch gehört, klar? Du, du wissen, wenn ich dich erst einmal in der Lodge gesehen habe, ich dachte, ich war so, und wenn du mit diesen Leuten mit dem Essen ich weiß, dass du zu sein warst. Und ja, ich fühlte mich so, aber auch pride. Pride, ich habe nie zu lange Zeit gehabt. Aber ich brauche dich jetzt, Clem. Das ist sicher. Okay, also, wir wollen eine Runde darüber schlafen. Entschuldigung. Tränen halt.